Yo, 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 was geht ab, Leute? Ich bin Moi Drissou. Wie ihr wisst, am Samstag gibt Kölö Alarm Soccer Cup Charity in Köln. Leider konnte ich nicht dabei sein. Ich habe was vom Tombola Gewinnspiel für die Kinder. Muss man was Gutes tun. Und daher, Kinder, ich wünsche euch das beste Turnier. Gebt Gas, gebt alles, genießt Gas. Hoffe ich nächstes Jahr dabei sein. So, muss ich unterschreiben. Kost und knackig. Keine halbe Sache. Peace.